hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ww mit unserem paladin ja der kleine sitz schon ist schon entspannt aber jetzt geht es gleich los so wir waren ja letztes mal dabei die aufgaben noch abzugeben nach der langen reittour so was kannst du für uns tun was hast du ein schönes ja in dem dmau und dann sind wir level 73 schon leute und möchte dass ihr zum posten der woche okay wir sollen wem erledigen das können wir doch gut da unten okay dann fliegen wir da mal hin aber das ist schön in den land zum leveln können wir noch fliegen das macht bisschen mehr spaß so und da könnte man ja mal vielleicht in der nächsten folge mal wieder eine instanz machen also gucken wir mal hier euch soll erledigen dann komm her ja kannst auch her kommen du auch du sowieso machen wir euch alle gleich mal nieder die verwandeln sich auch was bringt euch aber gar nichts und weglaufen braucht ihr erst recht nicht das inventar ist voll leute noch haben wir nicht darauf geachtet wenn wir die aufgabe abgeben müssen wir auf jeden fall dann noch mal ein bisschen was verkaufen ich nehme leichen mit hier sonst dann mal den großen akkurz unser kleiner zwerg der geht ab unser bürger hammer voraus von den klaren von stammen der fünften einer der krieger zwerge hahaha ich weiß von den anderen let's play die zwerge wenn ihr es auch verfolgt wisst ihr von was ich rede und er ist dort sehr schön können wir gleich aufmauten und die aufgabe abgeben und gleich noch mal sachen verkaufen was hatte ich vergessen 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 schade so und auf geht's aber dieses ich finde diese dieses land einfach toll mit den bäumen und so alles und nordisch immer so hier kann ich bestimmt was verkaufen soll ich doch sortieren wir erstmal das kann alles weg das kann auch weg so was haben wir denn hier kann weg kann weg kann weg stoff kann weg das kann auch weg auch 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 so schuhe können auch weg der ring wir wollten wir mal anziehen den ziehen wir mal an als kette auf weg auf weg umhang auch weg ich war noch ein 80er das kann man so lassen weg 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 das kann auch weg den rest behalten wir alles erst mal genau das kann man schon behalten aber wieder ein bisschen platz in den da braucht ihr etwas so leugner da sind wir zurück ich möchte mit haupt im lager gut aufgeht ins lager zum anderen hauptmann da oben gibt es noch eine aufgabe dunkle einfluss dunkle einfluss das das war ja elune erleuchte euren weg elune ok ein paar proben müssen wir nehmen das machen wir auch noch mal schnell die elfen nachtelfen brauchen unsere hilfe dann wollen wir ihr helfen so das müsste eigentlich alles hier vorne sein genau so das war der schleim ne schleim proben mit der kommt mal ein paar zusammen hier schleime ein paar zusammen zack mal gehen wir mal die gestalt und doch ganz schön ein bisschen rein zack aber aushalten tun sie nicht viel deswegen können wir das einfach mal so machen und sieht gleich sehr schön da haben wir schon mal dreimal schleim aber wir gehen hier gleich mal runter ich glaube wir müssen in den großen baum rein tiefer ok das müssen wir doch ganz nach unten sag ich doch können wir hier eine abkürzung nehmen können wir die erste probe nehmen sehr schön dann dann ich brauche ein ziel die kugel in den ok ich glaube müssen wir gleich mal gucken wo wir die nächsten proben nehmen müssen tief unten noch tiefer geht es ja gar nicht rein oder kurz auf mountain hier laufen wir mal an den vorbei da komm her hier machen wir dich doch schnell zack machen wir mal ruckzuck hier lassen wir gar nicht so lange warten sehr schön so und das ist schon wieder einer na komm mit nehmen wir euch mit raus so können wir denn die nächsten proben nehmen das muss man gleich mal sehen wenn man die guten beiden hier besiegt haben am mountain mal einfach mal auf zack ich habe kein ziel ich habe kein ziel ich habe kein ziel sehr schön so dann gucken wir mal äh ja komm ich werde schon wieder angegriffen da hinten da hinten da hinten ist der rest des baumes oder aber zeigt er mir überhaupt was an ja zeigt ach ja passt passt leute jetzt können wir hier runter gucken wie weit wir rein fliegen können wo und dann vielleicht mal wieder abkürzung perfekt monten wir gleich auf am pilz vorbei und monten wir gleich auch wieder auf dann fliegen wir gleich zum nächsten punkt dann brauchen wir noch zwei schleimproben gucken wir mal ob da draußen noch schleim ist was gucken wir beim nächsten baum einfach zack wir werden angegriffen ok da kommen wir ja da hinten auch gleich mit erster besiegt unser blauer balken erholungsbalken ist mal wieder voll weil ich auch mal wieder in einen gasthaus stand was ich sonst immer total vergessen aber das hätten deswegen wollen wir nie wirklich erholt so eine schleimprobe da schleimprobe machen wir später jetzt müssen wir da nochmal kurz hin schleim gibt es auch da bestimmt fliegen wir in den letzten baum und nimm da mal eine probe kugel und teile von volles herzen ast und tränen tränen ok es muss ein riesen baum gewesen sein so hier sieht man überall auch das soll bestimmte rinde darstellen bestimmt so mal gucken ob wir auch da noch ein bisschen schleim finden ich gehe davon aus schon hier müssen wir glaube ich rein und schleim hier schleim da ja sehr schön aber erstmal untersuchen wir kurz den baum was war das denn da sehen wir gleich was das war ach das so ein Viech war das ok laufen wir mal an euch vorbei ach das müsste auch mal länger gehen ich glaube da kann man auch doppelte aufladung nehmen hier kommen lauf lauf gucken wir mal wie weit ihr hier rauskommt sehr schön zack eine probe brauchen wir glaube ich nur noch hier gibt uns vielleicht wenn wir glück haben der schleim hier jawoll oh greift uns von hinten an der sack ja gut man weiß nicht ist das ein männlicher schleim ist das ein weiblicher schleim gibt es auch Unterschiede oder ist ein schleim einfach ein schleim so dann gehen wir die aufgaben mal schnell ab und dann mal gucken ob sie was neues für uns hat ich glaube es nicht so ja wie gesagt in der nächsten folge können wir mal nochmal in eine instanz gehen oder auch nicht oder wir machen das in der übernächsten folge ich glaube wir machen das in der übernächsten folge so dann kommen wir her guten tag so noch zwei kinder von ursock 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 kennen wir auch gegen den haben wir auch schon mal geradet damals so die geschichte ursocks fliegen wir da mal kurz hin bisschen verwirrt ab ins schneegebirge mal gucken kommt ursocks hier also her aus dem land gegen wen wann haben wir gegen ihn gekämpft in hiel glaube ich oder im ach ja wie hieß denn wie hieß denn die instanz mir fällt die gerade gar nicht ein wenn ihr wisst von welcher instanz ich gerade wo man gegen ursocks kämpft da habe ich damals glaube ich sogar auch als tank ab und zu mit gemacht oder ja genau als tank war ich glaube ich ab und zu mal da drin da könnt ihr mal in die kommentare schreiben mit den jäger war ich auch drin ja mir fällt da gar nicht ein wie der rate heißt so wo ist das hier ach da oh son sohnesuhr hallo ok ich lese das jetzt nicht immer vor diese kleinen geschichten na ihr wisst es ja teilweise und bis ich das vorgelesen habe so wir müssen uns noch die nächste geschichte schnell anhören was müssen wir denn hier äh was wollen wir denn hier machen Blut das hm 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 das müsste doch hier sein oder oder wenn ich jetzt total falsch okay wir gehen erst mal da hinten hin wir fliegen das mal zu der geschichte aber das war glaube ich doch hier egal fliege dass man hinten hin zu zwei und dann gucken wir mal was da passiert so aber leute ich würde sagen ich fliege da schon mal schnell hin wir sehen uns in einer weiteren folge let's play ww mit unserem paladin nächste woche wieder ich hoffe ihr schaltet wieder an ich hoffe euch hat die folge gefallen und wenn sie euch gefallen hat schaltet wieder ein nächste woche wieder ich würde mich freuen bis dahin tschüss